Zum Tagesgespräch bei Phoenix begrüße ich ganz herzlich Stefan Weil, den Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Grüße Sie in Hannover. Moin. Wie geht es Ihnen, wie geht es den Menschen in Ihrem Land und in den Kliniken und Heimen und wo auch immer? Was hören Sie? Danke der Nachfrage. Was mich persönlich angeht, mir geht es wie den meisten Menschen auch körperlich gut, aber es ist natürlich eine merkwürdige Zeit. Man weiß nicht recht, woran man ist. Und viele Menschen in Niedersachsen machen sich Sorgen. Ich habe eine ganz besondere Sorge. Die gilt im Moment in Alten- und Pflegeheimen in unserem Land. Wir haben eine ganz furchtbare Situation in einem Heim in Wolfsburg für gerontopsychiatrische Bewohnerinnen und Bewohner, Menschen, die ohne dies geschwächt sind. Und wenn in einem Seuchenheim das Virus drin ist, dann ist es ganz furchtbar. Das ist etwas, was mir ehrlich gesagt derzeit sehr unter die Haut geht. Das verstehen sehr viele. Die Nachrichten am Wochenende waren ja auch sehr beunruhigend. Auch dann die Nachricht aus einer Klinik, wo man anscheinend jetzt an die Grenzen gekommen ist. Schon jetzt, oder? Naja, wir haben natürlich in manchen Kliniken auch immer wieder einzelne Corona-Fälle. Das dürfte in ganz Deutschland der Fall sein. Die werden dann sehr schnell isoliert. Und in den Kliniken kann man natürlich damit auch fachlich schlichtweg umgehen. Aber es zeigt sowohl die Situation in den Alten- und Pflegeheimen wie in den Krankenhäusern, dass wir insbesondere auf den Schutz der Helferinnen und Helfer im Pflegewesen ganz besonderen Wert legen müssen. Das ist eine der Gruppen, auf die wird es in den nächsten Wochen noch sehr ankommen. Also besonders gefährdete Schützen, das ist das eine. Aber nicht das ganze Land abwürgen, das ist das andere. Die Diskussion geht ja jetzt gerade los. Wie viel müssen wir tun und wie viel sollten wir tun? Und Ihr Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern geht da jetzt ganz steil voran und sagt, wir schotten uns ab, wir machen die Grenzen dieses Bundeslandes dicht. Was halten Sie davon? Nun, wir haben erstmal die Situation, dass wir ja vor gerade mal einer Woche unsere Maßnahmen bundesweit abgestimmt in Kraft getreten haben, in Kraft treten lassen. Und diese Maßnahmen, die müssen jetzt auch wirken. Und persönlich bin ich weder der Auffassung, dass wir jetzt über zusätzliche Maßnahmen neue Diskussionen in erster Linie führen müssen, noch umgekehrt, dass wir jetzt vor der Zeit eine Lockerungsdebatte führen müssen. Wir müssen jetzt mehrere Wochen lang konsequent das durchhalten, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Die Virologen sagen, das ist unsere Chance und diese Chance, die sollten wir auch wirklich konsequent nutzen. Herr Mecklenburg-Vorpommerns, ja, vorpreschen und abschotten, wollen Sie nicht kommentieren? Herr Mecklenburg-Vorpommerns, das wird seine Gründe haben in diesem Bundesland. Das kann ich Ihnen nicht im Einzelnen schildern. Für Niedersachsen kann ich sagen, wir sind mitten in Deutschland gelegen. Wir haben eine ganze Vielzahl von Nachbarn. Hielte das für unser Bundesland wirklich für keine tunliche Lösung? Denken Sie nur mal an das Verhältnis zwischen Niedersachsen und Bremen. Bremen hat gewissermaßen nur einen Nachbarn. Das ist Niedersachsen. Wir umschließen als Flächenland diesen Stadt, Stadt, ganz und gar. Kann man verstehen. Also die Exit-Strategie, da müssen wir noch mal drüber reden. Es gibt natürlich zum Beispiel auch Kollegen von Ihnen, das ist beispielsweise Herr Laschet aus Nordrhein-Westfalen, der sagt, wir müssen natürlich über eine Exit-Strategie nachdenken. Wir müssen natürlich jetzt anfangen zu denken, wie das dann gehen soll, wenn die entsprechenden Daten dementsprechend sind, wie wir sie erhoffen. Wie ist Ihre Meinung? Keiner von uns will die Einschränkungen länger haben als irgend nötig. Aber sie sind derzeit und ehrlich gesagt auch auf absehbare Zeit nötig. Ich sagte ja, wir haben uns darauf verständigt, dass wir erst in der Woche nach Ostern überhaupt zwischen Bund und Ländern wieder darüber reden wollen, wie haben sich die Infektionszahlen entwickelt. Weil wir wissen, dass das, was wir jetzt an Maßnahmen ergriffen haben, erst jetzt beginnt tatsächlich zu wirken. Denn es gibt ja eine längere Inkubationszeit. Und dann müssen wir das auch noch auf längere Zeit durchhalten, damit die Infektionszahlen tatsächlich runtergehen. Ich glaube, dass die Lockerungsdiskussion, so wie die derzeit geführt wird, eher viele Menschen noch zusätzlich verwirrt. Und die klare Botschaft muss sein, wir müssen jetzt eine Weile richtig durchhalten, wenn wir diese Krise in den Griff kriegen wollen. Also das heißt, wir verschließen jetzt erst einmal die Augen für das, was danach kommt und regulieren dann nichts vorweg und wir besprechen auch nichts vorweg? Nein, ich verschließe keine Augen, insbesondere auch nicht vor der gegenwärtigen Situation. Ich merke nur, dass alleine die Diskussion über Lockerungen schon wieder Erwartungen aufkommen lässt, die derzeit wirklich fehl am Platze sind. Wir werden keine Minute länger als irgend notwendig beispielsweise ja Grundrechte einschränken. Und das dürfen wir auch nicht. Aber wenn wir jetzt nur die ganze Zeit rauf und runter über Lockerungen reden, dann muss bei vielen Menschen der Eindruck entstehen, naja, jetzt wird ja wohl über kurz oder etwas länger die ganze Sache sich womöglich wieder im Wohlgefallen auflösen. Und das wäre ein echtes Missverständnis. Das sollten wir nirgendwo aufkommen lassen. Wir merken doch schon nach ein paar Tagen, dass es schwerfällt, diese Disziplin wirklich durchzuhalten. Und das wird über einige Wochen hinweg dann sicherlich noch schwerer sein. Umso wichtiger ist immer wieder darauf hinzuweisen, es hat seinen Grund, dass wir uns jetzt alle extrem zurückhalten müssen. Ein falsches Signal wäre nicht gut an dieser Stelle. Das ist vollkommen richtig. Ein Signal in Richtung mehr Tests wäre ganz schön, was viele Menschen fordern. Was viele Menschen auch verstehen würden, vielleicht nicht alle, aber das wäre eine gewisse Handyortung oder ein Handy-Tracking, vielleicht auf freiwilliger Basis. Was halten Sie davon und was halten Sie von der Diskussion, die dann quasi letzte Woche ja auch im Bundesrat dann abgewürgt wurde? Nein, ich habe schon Verständnis dafür. Wenn es jetzt gute technische Lösungen gibt, die insbesondere auf freiwilliger Basis beruhen, dass man das alles nutzen kann. Ich habe die Tracking-Diskussion insofern nicht verstanden, als Menschen, die sich nicht daran halten wollen, ja beliebig in der Lage sind, das zu umgehen. Die müssen schlichtweg in solchen Fällen nur ihr Handy zu Hause lassen. Das, was jetzt diskutiert wird, nämlich wirklich eine freiwillige Aktion von Betroffenen, das mag viel Sinn haben, da muss man sich sicherlich noch über die Rahmenbedingungen unterhalten, aber das Prinzip, das fand ich einleuchtend. Dann warten wir mal, wie es weitergeht und wie sich dann die entsprechenden Bundesländer und die entsprechenden Entscheider verhalten. Für heute sage ich Dankeschön. Stefan Weil nach Niedersachsen und für Ihr Land und für das Ganze, für die gesamte Bundesrepublik natürlich gute Gesundheit. Vielen Dank.